Die ist schon weg hinter der Wolke, hast du runtergegengesehen hinter der Wolken? War die schon weg, wie ich auf dem Klo saß? Nein, da war die noch da. Hinter dieser erste Wolke, richtig? Kommst du nach mir hin, bitte? Zieh dir in die Jacke, alles besser für dich. Das ist ein Mädchen. Guck mal hier, der Himmel ist da hinten rot. In der Küchenfenster kann man alles auch sehen, dass da rot ist. Jetzt habe ich halt nicht aufgepasst. Ich wusste nicht, dass da Wolken davor schieben. Ich hoffe, du hast einen Sonnenuntergang gesehen in der Wolke. Ich habe den nicht gesehen. Mama, sieh nur einen Luftballon. Guck mal, wie schön. Da lässt einer einen Luftballon fliegen. Ja, da. Ey, Mama, das sind keine UFOs, die ich aufgenommen hatte. Das waren immer Luftballons, die einer hochsteigen lässt. Da, siehst du den Ballon? Da, guck mal, hier, wo ich gerade Dorf zeige. Das scheint so ein Kimmelsballon zu sein. Guck mal. Ich glaube, da will einer uns verarschen, damit wir denken, dass wir ein UFOs, obwohl das Luftballon ist. Guck mal, das ist ein Folienballon. So, weißt du jetzt, die UFOs, die ich aufgenommen habe, waren keine UFOs. Das waren Ballons. Das waren alles zu Ballons gewesen. Da ist die Sonne wieder, siehste. Hol dir den Jacken, das ist besser, Mama. Ja, das ist besser, Mama. Das ist eine Frau mit zwei kleinen Kindern. Guck mal, links auf der Treppe bitte. Nein, da, links. Oh, das ist ein Jugendlicher. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich werde mich fühlen. Das war der Haare. Ich bin ein Kind. Wir haben recht, Begrüßung, zuvinz den Kärchen. gehen jetzt weiter kurz pause gemacht die die wolken sind schon rot als meine jacke bitte rausbringen dankeschön dankeschön, es ist nett das ist die mutter von den beiden zwillinge hast du gerade Küchenwetze geguckt? war geil ne? geil dass es rot ist ne? ja 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 kannst du mir die jacke bitte zu machen dankeschön hatte ja ja die zu das antwort ist kurz weil die wolken das verhindern kommen ich muss mal kurz gucken ob der mond zu sehen ist ein prozent beleuchtet ist der mond warte mal kurz bei der sonne müsste sich der mond befinden, siehst du den mond da hinten so eine mondsichel was ist hier sehr oh die gehören hier hin die da unten wusste ich jetzt nicht also nichts gefunden vom mond hier guck mal links bei baluda ist rot mama guck mal ich kann es mir heute helfen weiß guck mal weiß hier klopfen ab bitte da da das ist ja vorne meine haare bitte da das ist weiß hier vorne gucken abklopfen dankeschön das klebt ja auch in die plätze dran ey die scheiße mit dem schorf ja kina sommerzeit ist vorbei könnt immer länger draußen spielen sofort nach hause wenn es dunkel wird ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Hier ist der Rock von mir zu, da oben. Guck mal, wir können. Mama. Der Mond sitzt genau da, wo die Sonne ist und den kann man nicht über der Wolk davor sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist schade. Das Jahr 2023 geht schnell rum, ne? Haben die Leute auch schon gesagt, ja, ne? Komm, hat das angefangen, geht das schnell wieder rum. Also nächstes Jahr wird das nicht mehr so schön, das neue Jahr, was jetzt kommt, nächstes Jahr. Okay. 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 Vielen Dank.